Herzlich willkommen zum heutigen Video. Nachdem es ja schon längere Zeit kein Gewinnspiel mehr auf meinem Kanal gab, dachte ich mir, es ist mal wieder eine Zeit, eines zu veranstalten. Und aus diesem Grund habe ich euch ausnahmsweise keine Box, sondern diverse Alben mitgebracht. Ich werde euch gleich eine Auswahl von ungefähr 20 Alben, EPs, Instrumentals etc. zeigen. Und von dieser Auswahl könnt ihr euch diverse Alben aussuchen. So, wir machen an dieser Stelle mal kurz einen Schnitt, dann zeige ich euch, was alles zur Auswahl steht. So, und das sind die Sachen, die bei dem Gewinnspiel zur Auswahl stehen. Ich werde einmal kurz durchgehen, was hier alles liegt. Also ich werde euch nur die Releases aufzählen und nicht auch die Interpreten dazu. Also wir machen wie Pod für immer zwei EP, in der Ruhe liegt die Kraft EP, die Instrumentals zum Album Rolex Sash, das Ra Mixtape, die Instrumentals zum Album Spielverderber, Asphalt Massacre 3, One Touch, Epic, Epic, Ego, Der Start gegen Patrick Decker, Block Chef, Love, Peace and Bockwurst, Jung Brutal, gutaussehend, Bon Chance, Classic, Hack, Dadasch mit Verlängerung, Kalasch, Dadasch, Musik, Rolex Sash, Radioaktiv, Haze bzw. H-A-Z-E, Desperados 2, Disicario LP, PP ist gleich MC Quadrat und Made in Germany. Von diesen Alben könnt ihr euch, wie gesagt, fünf aussuchen. Und nachdem die meisten ja Joule Cases oder Super Joule Cases oder DigiPack sind und nur die oberste Reihe aus DigiSleeves bestellt, würde ich sagen, wenn ihr euch für diese hier entscheidet, also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich hätte gerne die EP von Animus und auch die EP von Peders oder die Instrumentals von Rolex Sash etc., diese DigiSleeves, diese Papphüllen, würde ich sagen, gelten als eines. Also statt einem Album könnt ihr auch hier zwei von diesen DigiSleeves auswählen. So, ihr habt jetzt gesehen, was alles zur Auswahl steht, welcher Album ich euch hier anbiete. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, sind drei Schritte erforderlich. Zum ersten einmal den Kanal UnboxKings zu abonnieren, zum zweiten ein Foto, welches ich auf Instagram hochladen werde, wo nochmal alle Alben in der Übersicht sind, auf Instagram liken. Und der dritte Schritt, unter diesem Video in die Kommentare schreiben, welche fünf Alben ihr gerne gewinnen würdet und natürlich auch noch euren Instagram User Account, damit ich das zuordnen kann. Und wenn ihr diese drei Schritte erfüllt habt, dann nehmt ihr automatisch an dem Gewinnspiel teil. In zwei Wochen werde ich das Ganze dann auflösen, da kommt dann auch wieder ein Video, da werde ich dann den glücklichen Gewinner verkünden und nachdem ihr mir dann eure Adresse zugeschickt habt, werde ich euch die entsprechenden Alben dann zusenden. Ja, viel Glück jedem und jeder, der in diesem Gewinnspiel teilnehmen wird. Und das war's für heute. Bis zum nächsten Video. Passt auf euch auf. Ciao.